Einen wunderschönen guten Tag, liebe Blood Bowl 2 Community, mein Name ist Ugrutz und ihr seht die Mjölniers Beschützer, die nach einem recht mauen Einstand jetzt ihr zweites Spiel bestreiten wollen. Wir sind ersatzgeschwächt, haben unseren flitzenden Läufer an einen garstigen Orkse verloren und werden dieses Spiel dann jetzt mit einem Loner bestreiten müssen. Aber, ähm, ich hoffe, dass wir uns davon wieder erholen, und wenn nicht, dann haben wir endlich. Das ist, weil sie die Fahne mit den Goldwizards, und niemand wird von ihnen verholen. Dieses Team-Rating grob erfüllt. Damit Mjölniers Beschützer momentan noch unter den Garten freuen. Und wir enden alle Blood Bowl-Männchen, äh, Märchen. Wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute. Wir machen die Bärte wieder gut 5 cm, bis das Spiel hier losgeht. Wir machen die Bärte wieder gut 5 cm, bis das Spiel hier losgeht. Ja, hübschig, hübschig. Sind alle zum Mittagessen? Hm. Okay. Langsam wird's anstrengend. Ich hab's auch schon gehabt, dass das hier ein bisschen rumbackt und gar nichts passiert. Da musste man dann einmal die Suche abbrechen und Suche neu starten. Probieren wir das mal. Na, da haben wir auch ein Spiel. Dunkel Elfen. Tausende. Oh, sie haben zwei Reisende. Und wir haben einen Reisenden. Das heißt, wir kriegen sogar ein bisschen Kohle. Das ist doch gar nicht so schlecht. Frage ist, was man natürlich mit 90.000 macht. Da wir ansonsten 0 haben, können wir uns nicht allzu viel erlauben. Wir können uns Farik Feuerknall leisten. Was kann denn der? Tja. Bloodweiser Babes oder Farik Feuerknall? Nehmen wir mal Farik Feuerknall. Schauen wir mal, was das ist. Ich denke mal, er hat eine geheime Waffe, deswegen wird er sofort rausfliegen. Nach dem ersten Drive. Nachdem er aufgestellt wurde. Hast du bereit, Bob? Ich war geboren bereit, Jim. Ich glaube, wenn man sie gar nicht aufstellt, fliegen sie auch nicht. Sonan Berberin Eperet. Klingt ein bisschen finnisch. Das Team sieht normal aus. Wir haben jede Menge Feldspieler und einen kleinen Haufen Blitzer. Unser Team kennen wir ja da an der Stelle schon. Das klicke ich jetzt mal vorbei. Und, ja, schickt wieder aus. So, wir verteidigen zuerst. Ich muss mir den jetzt nochmal ganz kurz angucken. Er hat einen starken Wurfarm. Er hat Ballgefühl. Er ist robust. Hat Hauwächters Leder und Wurf sicher. Und ist also quasi ein, ja. Ganz gleich, ob der Spieler noch auf dem Platz ist oder nicht. Okay. Ja, wenn wir in der Verteidigung sind. Hoppala. Wir testen uns jetzt einfach mal aus. Kann sein, dass wir uns damit jetzt unheimlich... ...selber stören. So, er hat hier eine Hexenkriegerin am Start. Er hat sogar zwei Hexenkriegerinnen am Start. So, wir hätten den natürlich lieber in unserem Drive. Deswegen. Na, hier steht ja... ...Spielzug dieses Spielers endet... ...noch auf dem Platz. Also, das heißt, er muss auf dem Platz gewesen sein. Entschuldigung. So, er stellt sich schon mal recht aggressiv auf. Und der Glitzer. Okay, da ist ein Loner. Die Loner stehen hier zur Verstärkung hauptsächlich. Er hat zwei Rerolls und einen Apothekarius. Ja, wir sind gespannt. Es kann alles mögliche dabei rumkommen jetzt bei dem Spiel. Beide Teams müssen sehr vorsichtig aufstellen. Denn beide haben rasend Leute dabei. Das ist ein großes Spiel, Bob. Wie fühlst du dir, wenn du in so einem wichtigen Spiel bist? So, mitten im Herzen. Lass mich wieder in der Flucht. Randale. Beide Mannschaften verlieren einen Zug. Das ist für den Elfen besser als für uns. Und er wird wahrscheinlich in sieben Zügen einen Touchdown schaffen. Wenn ihr ihn denn schafft. Wir brauchen allerdings ein bisschen länger dafür. So, das fängt schon mal ganz brauchbar an. Das ist nur ein Push. Damit sind wir in der Mitte kompakt. Und er muss tatsächlich außen vorbei. Das läuft weniger gut. Aber er hat es mit einem Loner gemacht. Das ist eine gute Sache. Er lähmt uns aber auch direkt. Den Kriegsgott hat es erwischt. So, dann wird er den... Oh, das ist nicht ungefährlich, was er macht. Wenn jetzt der Blitz gegen unseren Blitzer kommt... ...schafft er. Schon wieder durch die Rüstung. Frechheit. Er kommt ran. Sie kommt auch ran. Auch das funktioniert. Aber wenigstens mal nicht durch die Rüstung. Und sie wird es da außen rum. Das heißt, er setzt auf einen Two-Turn. Dann hätten wir wenigstens noch die Möglichkeit auszugleichen. Wenn denn mal was funktioniert. Bisher waren die Zwerge da ja noch nicht so... ...von Erfolg geküsst. Wir haben ein paar Zweier-Blocks. Das finde ich schon mal ganz gut. So, den Ball hat er. So, den Ball hat er. Wird aber wahrscheinlich erstmal nichts weiter damit tun. Und auch ein bisschen nach vorne rennen, natürlich, klar. So, wir stellen uns erstmal hin, wo wir es können. Dann bringen wir ein bisschen... ...Behinderung an den Mann. Und die Spieler sind sehr glücklich. Das schmeckt wie ein Kampf ist, was zu passieren. So, hier müssen wir blitzen. Oh, die hat schon ein paar Upgrades hier, das Fräulein. Ein bisschen am Rand gedrängt. Einen kriegen wir umgeboxt. Dann kriegen wir auch noch einen umgeboxt. Bleiben aber. So, und hier, zwei, drei, vier, fünf, ja, vier. Dann blocken wir das Feld. Er kommt natürlich trotzdem locker durch. Hier ist Offenholland. Aber wir zwingen ihn jetzt natürlich auch dazu. Er hat hier keine allzu guten Chancen, sich zu befreien. Er kann natürlich zwei Verstärkungen ranziehen und dann blocken. Das Problem ist halt einfach in der Konstellation, dass sie einfach gefühlt doppelt so schnell sind. Also zwei Felder mehr pro Runde ist einfach ewig viel. Er will scheinbar den Verstand aber nicht direkt machen. Tackle-Zonen negieren. Das geht ein bisschen auf Zeit. Da kommt der Blitz. Irgendwie haben wir jetzt kein großes Loch, wenn er das schafft. Immer noch mit ein bisschen Ausweichen behaftet. Okay, er geht trotzdem in die Richtung. Und fumbled. Das ist der erste Reroll, das ist gut. Einen Ball hat sie. Aber jetzt musst du damit natürlich auch was machen. Hier hat kein Block und nix. Wir kommen nur ran, nicht vorbei. Da kämen wir ran. Ja, wunderlich geschickt sind die Zwerge ja leider nicht. Von daher... Ja, sicher. Da kommt natürlich die Sechs. Und zack, auch wieder ein Rüstungsbrecher. Klar. Jetzt müssen wir hier sehr, sehr aufpassen. Der Gekkepfer credentials �paper. Wenn es Ei sei, dass du denen gut gemacht hast hatte. Alles klar, ich biggest. Das ist gut... Ihr Auges. Das ist gut. F af. So, wir stellen uns hier erstmal hin. Nehmen wir da ein bisschen rüber. Ja, ein Ausweichwurf, das ist echt übel. Ja, gehen wir mal dazwischen. Da haben wir einen Doppelblock. Wir nutzen natürlich ausgerechnet unseren Loner. Ungeschickt. Er geht hier ein bisschen störend dazwischen. Da hat zumindest ein bisschen Nerven. Das läuft ja super. Das läuft top. Begeistert. Na, immerhin. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendwie so richtig toll ist es nicht. So richtig durchschlagend sind unsere Argumente auch nicht. Wir gehen eins näher ran. Warum auch? Also ich meine, wir würfeln eine Doppel-1. Wir würfeln bei jeder Zusatzbewegung eine Eins. Das Spiel hasst uns aktuell wirklich. Und zu allem Überfluss wird unser Troll-Slayer jetzt wahrscheinlich einfach noch rausgeblockt. Ich meine, würde ich ja auch machen. Ganz klar. Aber sowas muss doch echt nicht sein. So übel. Unser Gegner hat schon viermal unsere Rüstung durchbrochen. Und wir haben gerade mal nichts. Aber gut, fangen wir nicht jetzt schon an zu jammern. Das Spiel ist noch lang. Und eine einzelne Führung für Dunkelelfen ist nicht ungewöhnlich. Wenn sie den Ball haben. Wir haben gleich immerhin noch vier Runden. Ich glaube nicht, dass er stallen wird. Kann er natürlich tun. Muss er aber nicht. Dann sollte er mal einen rausblocken. Wandert seine halt hinterher. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ja, da kommt ein Blitz. Und dann macht er wahrscheinlich den Touchdown. Ja. Und funktioniert. Ja. Blitzkirch. Oh, it's a good move. Oder wer traut sich jetzt natürlich. Nee, er macht den Touchdown. Auf late. Kann man ja anders sagen. Überrenn durchgezogen. Nein, das muss ich noch dran. Das war dann halt. Ich bin nicht mehr. Das ist das, was ich dir gedacht habe. Und das ist das, was ich mir gedacht habe. Das ist das. Ich will nicht mehr. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Und das. Können wir jetzt in unserem offensiven Drive den Loner rausnehmen und den Starer reinpacken. Wir haben fast keine Möglichkeit, in Führung zu scornen, wenn der Gegner ein bisschen geschickt aufstellt. Der muss ja nur ein Netz bauen. Dann sehen wir schon doof aus an der Stelle. Über die Ränder können wir auch nicht gehen, weil die Hexenkriegerinnen da natürlich eine krasse Gefahr darstellen. So, da ist unser zweiter Asterix. Den brauchen wir. Wer bist du jetzt? Wo ist der Loner hier? Raus mit ihm. Okay, das stellen wir noch um. So muss reichen. Ist nicht ganz synchron. Äh, nicht ganz, ähm, ne? Ist schon gespiegelt. Netter Kick. Wir dürfen einen vorziehen. Nutzen wir auch mal. Vielleicht können wir das Fälscher brauchen. So, gucken wir mal, wo der Ball landen würde. Ganz hinten im Arsch der Welt. Probieren wir es mal so. Kein Touchback, okay. So, jetzt müssen wir eben kurz gucken. Gucken wir den erstmal ein Feld rüber. Das hat nicht so viel gebracht. Wir bleiben. Übergeben an den Trolltöter. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Dann übernimmt er. Wegen den Loner. Wir bleiben. Ich bin der zweite Troll. Nehmen wir auch. Ja, blitzen wir mal rein. Hoppla. Das war ungeschickt. Yes, they picked up the ball. Whoopi, dee, dee. So, und jetzt müssen wir mal Richtung Mitte. Gucken, ob wir irgendwas Käfig ähnliches hinkriegen. Und jetzt müssen wir mal ein Doppelblock hat er. Okay, den muss man versuchen auch zu halten. Ich meine, sie haben drei Geschicklichkeit. Sie können nun mal fangen. Jetzt stellt er das Netz ein bisschen locker. Das heißt, er wird den blitzen wollen und den anderen nicht. Deswegen gibt er dem ein bisschen mehr Platz. Damit er sich nicht wehren kann. Doppel sechs. Aha, okay. Und Rüstungsbruch. Klar. Es sind 50% seiner Blocks gehen durch unsere Rüstung. Wir haben ja nur Rüstung 9. Echt jetzt? Wow. Respekt. Respekt. Das läuft ja auch die Krasse wieder, ne? Mit Blocken, ja. Die kann sich das natürlich auch trauen. Kann mal ausweichen. Nicht ein wieses Platz, um deine Rüstung auf der Grenze der Rüstung zu enden. Wenn der Spieler sich in den Rüstung geflogen hat. Na, das war so, dass es drei Tage dauert, um die Krasse zu enden. Läuft. Läuft, läuft, läuft bei ihm. So, wie machen wir das jetzt hier am geschicktesten? Die geht uns natürlich schon wieder dezent auf die Eier da, die Fräulein. Hier würden wir... das bevorzugen. Den versuchen wir mal in die Schranken zu weisen. Das funktioniert nicht. Läuft bei uns. Bleiben. Dann stellen wir uns einfach mal hin. Hier blocken wir die Troller mal ein bisschen durch die Gegend. Und wo er durch die 9er Rüstung mit jedem 2. durchkommt, kommen wir durch die 7er never ever durch. Aber wir haben noch unseren Blitz. Und unser Blitz geht... Ich würde fast sagen... ...dorthin. Ja, besser als nix. Au, und wir haben einen gelähmt. Respekt. So. Na, da können wir da jetzt nicht durch. Er kann jetzt hier ein bisschen... Aber auch nur ein bisschen. Sehr offen Holland, und er kommt mit der Hexenkriegerin definitiv dran. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen dicht machen. Indem wir da hinziehen. Leider bewegen wir uns jetzt sehr weit von der Touchdown-Linie weg, um unseren Ball zu sichern. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber gut, unser Blitzer, der Touchdown-Reichweite, wäre es eh ausgenockt. Und das hier hat nicht funktioniert, wie wir wollten, denn wir haben keine Lücke gekriegt. Na, er geht auf den Ball. Okay. Kann man machen. Er kann ja auch noch Touchdown machen, so ist es ja nicht, ne? Und unser Ballträger hat ja einmal mehr keinen blocken. Okay, er stellt da ein bisschen dicht. Frage ist, wer blitzen soll, seiner Hexe. Hm, Sicherheit in Nummern. Hm. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Also, vorausgesetzt, wir behalten den Ball natürlich. Da kommt der Blitz. Und einen Nicht-Blitzer. Doch, nur ein Blitzer. Wird schön. Push, er rerollt und both down und er schafft es. Ah! Ja gut, die Chance war hoch. Kacke Ergebnis zwar für ihn. Und schon wieder durch die Rüstung. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Das ist echt unfeierlich. Jetzt muss er natürlich mit seiner Hexe aufstehen. Wird wahrscheinlich jetzt so ein Abrollenblock probieren. Denke ich mir mal. Okay, das funktioniert wenigstens nicht. Da können wir also sofort wieder rein. Er rückt nach. Okay. Na, mach das. Ausweichen. Okay, seitlich. Oh, jetzt soll ich den Ball holen. Das wäre eine Frechheit. Aber er macht's. Und ohne Probleme natürlich auch. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze sowas von. So, wir probieren den mal wieder in seine Schranke zu weisen. Hey, wir kommen durch die Rüstung. Fucking gelähmt haben wir erreicht. Ich bin stolz auf uns. Ähm, eine Zusatzbewegung. Yippie. Da freuen wir uns. Ausweichen? Ne, ausweichen wollen wir nicht. Eins, zwei. Nein. Eins, zwei. Ach, wir kommen einfach nicht vernünftig dran. Alles andere wäre Zusatzbewegung. Warum sind die auch so lahm, die Knilche? Eins. Da haben wir sie einen Platz schaffen. Folgen. Zum Ball gehen. Mögen wir gar nicht gerne. Danach haben wir noch zwei Runden. Das würde ganz, ganz utopisch. Vielleicht reichen, wenn das hier klappt. Die Spieler sind bereit, um ihre Team zu unterstützen. Und wieder nur ein harmloser Putschi-Putschi. Da ein bisschen behindern. Einmal zum Ball gehen und dann Block. Da müsste eine 6 mit drin sein. Ist es aber nicht. Ist uns das ein Reroll wert? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wir holen hier noch einen Zweierblock raus. Der nicht funktioniert. Warum auch? In Folgen. Dann hätten wir hier noch einen Einserblock. Auch nicht so sonderlich feierlich. Ja, schade. Das sieht nach einem 2-0-Rückstand aus. Wir sind natürlich auch dumm wie Brot. Wir haben natürlich niemanden mit Tackle an ihr dran. Das heißt, sie kann uns einfach auf der Nase rumtanzen. Okay, er pusht. Aber ich muss sagen, die komplette World Cup Season sind unsere Würfe unterirdisch. Also sowohl unsere Zusatzbewegungen als auch unsere Rüstungsdurchschläge. Wir hatten im ersten Spiel gegen die Orks in den ersten beiden Runden zwei Durchschläge gegen Rüstung 9. Das war super. Da habe ich gedacht, ey, endlich wendet sich das Blatt. Aber jetzt hier die ganze Zeit die Drecksrüstung 7 Hexenkriegerinnen durchschlagen. Das kann es echt nicht sein. Und er, der gleich E. Also sollte sie es nicht schaffen, sich hier zu befreien. Und wir kriegen sie irgendwie auf den Boden. Dann wird auf jeden Fall unser Barek-Fernknall da mal faulen. Weil er fliegt eh vom Feld. Und diese Hexenkriegerin geht um sie sowas von ab die Eier. Und das jetzt schon. Und das jetzt schon. Na, zumindest muss er überlegen. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Er wird wahrscheinlich auch hier rum ausweichen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt... Na, ne, er geht voll durch. Voll durch. Zack. Letzter Reroll weg. Oh, er hat keinen mehr. Das ist natürlich jetzt ein Ansatz. So. Ganz, 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 ganz theoretisch. Können wir den Touchdown schaffen mit ihm hier? Dafür muss er aber erstmal aufstehen. Aufstehen. Und ihn aufstehen lassen ist da auch nicht verkehrt. So, dann muss der Block hier halbwegs funktionieren. Das reicht uns, glaube ich, schon. Ein K.O.? Kann man mit leben? So, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Eine müssen wir noch. Zwei, vier, sechs. Jetzt haben wir als nächstes Runde eine. Eine Unterstützung, zwei dagegen. Zwei dafür, zwei dagegen wäre besser. Gucken, ob wir den umgelascht kriegen. Das wäre schön. Klappt aber nicht. Bleiben. Eins, zwei, drei, vier. Einmal probieren, ob wir den Ball kriegen. Die Ball ist in den Dwarfen eher groß und ungewöhnlichen Händen. Tja, die Frage ist, was macht die Bitch da? Kriegen wir ihn nicht vernünftig gesichert? Können wir ihn da hinstellen, leider. Reicht uns? Fast. Nicht wirklich. Hoppela. Upsi. Das war Käse. Einmal dicht machen. Einser Block gegen jemanden, der kein Blocken hat. Folgen. Umzug beenden. Im Minusen Zweier Block müssen wir nicht unbedingt machen. Aber gut, wir haben unser Ziel erreicht. Wir legen 1-0 hinten. Haben eine minimale Chance für einen Ausgleich. Die aber wirklich sehr, sehr minimal ist. Denn er hat hier jede Menge Möglichkeiten, das noch zu verhindern. Wenn wir mit abrollen, kann er da locker blitzen. Mit der Mega-Bitch. Aber da muss er erstmal ein bisschen Platz schaffen. Das ist auch durchaus legitim. 1, 2, 3, 4. Wäre eine Zusatzbewegung. Ausweichen 83%. Erstmal steht er auf. Abrollen. Da geht er zur Behinderung hin. Blitzt mit der Hexe auf den Ball. Oder ist ihm der Ball jetzt egal? Erst die sicheren Sachen. Trolltöter. Er wird gefällt. Ja, und da war es das für die Runde. Und gelähmt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Geschick hinkriegen. Die muss auf jeden Fall da erstmal weg. Das reicht uns eigentlich auch schon. Bleiben. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Da bringt es uns da was. Ja, bringt uns was. Da wäre ein Pushback super. Pushback haben wir nicht im Angebot. Schade. Zack. Das ist auch okay. Ähm, da hin. Und, ähm, folgen oder bleiben? Folgen. Schau an all diese Pläne, die sitzen da. Es wird Probleme mit den Unions in diesem Fall sein. So, hier mal ein zweier Block. Der muss ein bisschen aus dem Weg einfach. Nur ein Push reicht uns. Ähm, ja schade. Jetzt haben wir nur noch einen Block. Das war nicht so gedacht. Ganz und gar nicht so gedacht. Überhaupt ganz und gar nicht so gedacht. Hei, hei, hei. Das läuft kacke gerade. Das war nicht schön. Das muss jetzt mit Zusatzbewegung funktionieren. Und der Pass muss über die Hexe hinweg. Das war jetzt echt doof gemacht von mir. Folgen. Aber gut, die Chance war eh nicht hoch. Von daher... Was ist das für eine Chance? 33 Prozent. Eieiei. Ähm. Mir wird doch nicht besser, wenn wir näher rangehen. Deswegen... Machen wir das jetzt einfach. Na, 1 zu 3. Warum nicht? Kann funktionieren, wenn Nuffel auf unserer Seite ist. Zack. Da hast du einen Pass. Er wird nicht gefangen. Hätte ja passieren können. Dann haben wir versucht. Der Push wird nicht so leicht. So, jetzt wird er vom Platz gestellt. Seiner bleibt K.O., das ist gut für uns. So, none of the knockout players seem to have a weapon in the game. Damit sind wir jetzt nur ausgeglichen. Aber der Gegner hat einen weniger auf dem Feld. Sie sollten diesen Spieler verletzen, bevor sie noch mehr verlieren. Despite being in the lead, diese Team muss jetzt die Ball zu der verletzenden Squad. Sie wollen sie wiederholen, so schnell wie sie können. Ich verstehe, warum sie die Weaponen sind nicht verletzend. All die Leidung sie bringen zu den spectatoren. In fact, sie sollten sie compulsory sein. So, machen wir mal so. So, und jetzt brauchen wir ein bisschen Glück an der Stelle. Also nicht diese Art von Glück, weil... So, ähm, das ist unser Loner, das heißt Airblock zuerst, und zwar seitlich. Folgen. Mit Glück meine ich an der Stelle natürlich Verletzungswürfe, die funktionieren. So, rein Info-halber. Noch ein bisschen verletzender werden, ne? Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich ihn überhaupt umhaue. Aber, ne, ihr seht, was ich meine. Hm. Der Loner pappt sich da mal rein. Obwohl, er kommt gar nicht da dran, irgendwie. Da hin, vielleicht. Äh, nein. Zwei, vier. Ein. So rum. Hallo. Denk doch mal mit. Ein Auge. So, da geht's lang. Und hier probieren wir's mal mit dem Ball. Trotz Ball, die finde ich aufgehoben. Joa, läuft bei uns. Aber zumindest kriegen wir diese Runde noch nicht den Arsch voll. Also vielleicht den Arsch voll, aber nicht den Ball weggenommen. äge even. Oh. 둘 pentru runde. intrigante. Hui mia. yle. Ah! Hi. 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 So, was macht er aus der Situation? Da eine Verstärkung ran und unser Einauge wegblocken. Das ist okay. Also was heißt okay? Okay ist das natürlich nicht. Doppel 6. Bam. Aber, ähm, ja, zu erwarten war es natürlich, wenn er sich so weit nach vorne traut. Ob er hier noch eine Unterstützung ran macht, um den Kriegsgott umzuhauen, müssen wir jetzt abwarten. Aber er scheint sich hier lieber entspannen zu wollen. Sehr schön. Unser Loner hält die Stellung heldenhaft. Ja, den Doppelblock nimmt er noch mit. Gut gelingt. Aber wir haben einiges an Blocks wieder aufzubieten. Und daher keinen Grund uns zu beschweren. Hier haben wir einen Block. Da haben wir einen Block. Da haben wir einen Block. Okay, den Block scheinen wir uns gerade vermiesen zu wollen. Einmal aufstellen. Folgen. So, hinstellen. So, dahin. Die Frage ist, wenn wir hier bleiben. Eine Verletzung wäre echt mal was Neues. So. Ein bisschen. Ja, wir müssen hier einen zur Verstärkung ranziehen. Können dann hier reinlocken. Können dann hier reinlocken. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Die Frage ist, ob wir da jetzt bleiben oder folgen. Wir bleiben einmal. Bei Folgen hätten wir zwar noch einen Block mehr gehabt. Da gehen wir nochmal außen rum. Und dann machen wir hier den Blitz. Eins, zwei, drei, vier wäre dann der Blitz. Ähm, pushen. Und nix. Etwas verfahrene Situation jetzt hier an der Stelle. Da müssen wir, glaube ich, nerven. Da hilft nix anderes. So, unser Ballträger sollte jetzt auch den Ball mal tragen. Und wir müssen zumindest mal ein ganzes Stück nach links. Und kurz gucken. Der steht und kommt genau ran. Mehr wollen wir ihm da gar nicht ermöglichen, glaube ich. Und sie kommt auch jetzt nur ran. Hier kämen sie nicht mehr dran. So, da haben wir einen Plus, einen Minus. Machen wir aber nicht. Das ist unser Loner. Wir haben keinen Reroll für den. Und er steht da in einer wichtigen Position. Als Mittelpfosten sozusagen. Er zieht also auf jeden Fall Agro. Ich lege euch kurz beiseite. Ich muss eine Nase putzen. So, wieder da. Ich hoffe, wir waren nicht allzu laut. Der Gegner überlegt auch immer noch. Aber es ist krass. Das ist echt der Zwergenflug. Wir kämpfen jetzt schon wieder mit viel Mühe, um ein Unentschieden zu erreichen, was uns in der WN-Wertung überhaupt nichts bringt. Denn mit zwei Unentschieden ist das schon wieder so gut wie ausgezählt. Aber in der ATL hatten wir ja das gleiche Glück, Slash-Pech. Wobei wir da wenigstens Verletzungen hatten. Die haben wir hier noch nicht mal. Zwei Verletzungen im ersten Spiel. Im zweiten Spiel noch völlig handsam. Mit ungefähr 50 Tackles einen K.O. geschafft. Also absolut erbärmlich. Das stört jetzt nicht. Da kannst du ruhig hin blocken. Jetzt haben wir eine Verstärkung auf die Hexenkriegerin. Das solltest du dir vielleicht überlegen, Junge. Ausweichen. Und da rennst du rüber. Ein bisschen Druck auf unseren Ballträger aufbauen. Ist ja auch legitim. Die sollten eh passen. Guck mal, er hat noch vier Spieler. Ist ein bisschen uneins, was er jetzt tun soll. Ich hoffe, dass hier er gleich mal ein bisschen was rockt. Okay, da noch eine Unterstützung dran. Wobei, so viel Unterstützung ist das denn? Zack. Das war ein Ausweichprobe, der nicht funktioniert hat. Und jetzt muss er schwer überlegen. Und natürlich wieder nichts, was irgendwie seine Verletzung einbringen könnte oder würde. Ähm, ja. Hau ihn um. Das andere umhauen, aber das mit wirklich hinfallen dazu. Jawoll. Hier kommt der Blitz. Nix natürlich. Aber egal. An der Stelle stellt uns das jetzt nicht so riesig. Ähm. Ungefähr so. Das ist die, die keinen Glocken hat. Da haben wir dann also noch ein bisschen Schnitte. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Der geht da schräg davor. So. So. Der Block sollte jetzt ziemlich funktionieren. Come on, guys. Together. Nein. Tut er nicht. Drei. 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 Töter. Ah! so hier hin das hat zumindest funktioniert also war natürlich der unwichtigste block der ganzen runde aber wenigstens mit brecher gelähmt dann jetzt die spannenden sachen ein pass so diesmal auch so zinniere diesen blitzer das ist keiner so in einer block glücklich folgen und der loner wenn er keine verletzungen macht wer dann so er kann jetzt natürlich relativ easy wieder ran hier aber das heißt immer noch nicht dass er den touchdown hat beziehungsweise uns besiegt unser problem ist wir müssen natürlich wenn wir das spiel gewinnen wollen und wir spielen auf sieg ganz klar müssen wir den touchdown jetzt schnell machen das heißt unser gegner kriegt den ball und wir sind wahrscheinlich nicht mehr in überzahl ja da hat ein ball wieder zusatzbewegung das risiko will er haben will er nicht haben aber da ist der ball in besitz Das heißt, wir haben einen Einser-Block. Oh, noch einen zu dieser Bewegung. Das heißt, jetzt hängt unser Glück wieder von einigen Faktoren mehr ab. Nämlich, ob dieser Block hier funktioniert, zum Beispiel. Okay, die Kacke darf natürlich jetzt nicht funktionieren. Aber es ist dann elf. Mhm, ist klar. Ohne ausweichend um alles. Lippt super bei ihnen. Und jede Zusatzbewegung. Wir erinnern uns, wir hatten insgesamt drei Zusatzbewegungen. Und davon ist eine schiefgegangen. So, jetzt gelähmt. Eins, zwei, drei, vier. Na gut, wir kommen zum nächsten Mal. Eins, zwei, drei. Vier, wir kommen so ein bisschen ran. Für, rein, zu. Geht ja nur darum, dass sie den Ball nicht so easy fängt, wie sie es jetzt sonst eigentlich würde. Machen wir was am geschicktesten. Ja, richtig geschickt geht hier gerade gar nicht, leider. Eins, zwei, drei, vier. Bam. Vielleicht besser dort. Not so easy. He's coming to help his buddies, that's gonna hurt. Was denn Lona? Mach mal lieber erst mit ihm. Jetzt ne Verletzung. Nein, natürlich nicht. Wir müssen jetzt leider noch ein Fight gehen. Und, wie ihr seht, erste Zusatzbewegung, die ich versuche, wieder mal. Und sie läuft nicht nur Schieb, sondern auch Schieb. Aufstehen, Nerven. Reroll ist weg. Irgendwann war... Tja, ziehen wir ihn hin. Mittig, irgendwo. So vielleicht. Dann haben wir hier noch einen Doppelblock mit Lona. Der nicht so richtig funktioniert. Folgen. Und haben hier noch einen Einser-Block. Der aber funktioniert. Bleiben. Und... Moment. Es ist einfach die Verletzungshölle für unsere Zwerge. Es klappt nichts. Also nicht nichts. Die Blocks waren ja durchaus okay. Aber überhaupt nicht wie erwartet. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass sie den Ball nicht fängt in zwei Tackle-Zonen. So, da wird ein bisschen Platz geschaffen. Könnte hier eine Ballübergabe funktionieren, aber dann rennt er natürlich sehr weit von hinten. Also von sehr weit hinten, wie immer. So, da wird ein bisschen defensiver, also er scheint doch nicht die Seite hier zu bevorzugen. Aufweichen funktioniert. Unerwartet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Da wird noch ein bisschen zu bestellt. Und wieder einen Ausweichwurf daneben. Den will er aber lieber nochmal machen. Hm. Naja, was soll's. Das Spiel sieht so aus, als könnten wir es nicht mehr rumreißen. Denn an da kommen wir nicht mehr wirklich ran. Nur mit Ausweichwürfen. Nur mit Ausweichwürfen. Und die machen wir ja so gerne. Egal, dann boxen wir erstmal noch ein bisschen. Selbst das funktioniert nicht. Schon wieder nicht. Nehmen wir da mal ran. Das ist einfach nur Fangen spielen. Das ist sehr armfähig, leider. Aber ich kann da nicht rein blitzen, weil es ist einfach zu unnötig. Ja, hier stellen wir uns hin. Ja, hier stellen wir uns hin. Mach mal da noch ein bisschen Geschubse. Natürlich wieder ohne Folge für ihn. Das ist dann der Blitz, der funktionieren muss. Und? Funktioniert er? Ne? Ratet, ratet. Nein? Oh, ihr habt abgeguckt. Nein, natürlich nicht. Dann bleiben wir uns wieder blöde einer Blocks. Hier, der ergibt noch Sinn. Funktioniert natürlich nicht. Ähm, bleiben. Haben wir noch einen, der ist relativ unwichtig, den können wir machen. Der funktioniert nicht. Ich sollte ja bei allen Blocks behaupten, dass sie unsichtig sind, weil dann funktionieren sie deutlich besser. Ein K.O. Wow. Immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Wäre mir zwar lieber, wenn das irgendwo in Ballnähe passiert wäre, aber hier können wir es auch noch probieren, gegen einen Loner. Und da klappt es nicht. Zack. Na gut. Wir sind vom Ausgleich weit entfernt von einem Sieg, äh, unmöglich weit entfernt. Jetzt muss man gucken. Er wird jetzt hier wahrscheinlich einfach weiter durchrennen. Er muss ja nicht zwingend das 2 zu 0 machen. Nun reicht es ja im Prinzip auch einfach nur, wenn er uns so behindert, dass wir den Ball nicht kriegen. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre natürlich schön, wenn jetzt irgendwas bei ihm nicht funktionieren würde, sodass wir an den Zug kämen. Dann haben wir noch eine Schnitte. Keine große Schnitte, aber eine kleine Schnitte. Das funktioniert nicht. Das ist schon erfreulich. Damit hat er den Elfter nicht frei. Er muss Ausweichbewegungen machen. Oder müsste er Ausweichbewegungen machen, wenn sie ihm dann wichtig wäre. Den will er blockieren. Ausweichen, ich sag's ja. Irgendwann kommen die Einser. Haha, hier sind einige Freunde. Na, zumindest mal kein optimales Ergebnis für ihn. Jetzt noch zustellen. Okay, nicht ganz so zugestellt, wie gedacht. Ausweichen, 163. Schack. Da gibt's noch die Nase. So, da müssen wir uns ranstellen. Hier stellen wir uns besser hin. Ja, wir haben noch unseren Reroll, die wichtige Aktion zuerst. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen's probieren, ne 2 wär super. Das ist nicht super. Das ist überhaupt... Das... 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 Mann! Und auch das wird nicht besser. Das ist echt zum Mäusemelken. Das darf nicht sein. Wie schlecht. Wie schlecht. Der Einzige, der jetzt noch einen Touchdown machen kann, muss jetzt zurück zum Supporten. Oder wie sehe ich das? Das darf echt nicht sein. Ja, was soll ich dann boxen halt noch ein bisschen rum in der Hoffnung? Ist irgendwas passiert? Nix? Ein Rüstungsbrecher. Kein Rüstungsbrecher. Kein Rüstungsbrecher. Nix? Loner gegen Loner. Möge der bessere Lonern. So. Bleiben. Ein Rüstungsbrecher. Er folgt auf. Ich hoffe, wir haben einen Lockdown. Nektar. Unstück beendet. Wir können ja nichts besseres tun. Ach ja. Ich weiß nicht, warum die Zwerge so scheiße sind. Also... In der ATL haben sie gut performt. Ich habe ein paar Fehler gemacht und wir haben Spiele nicht gewonnen. Aber das hier ist einfach so unterdurchschnittlich. Und weg. Ja. Wunder voll. Touchdown. Ende Gelände. Reicht ihm ja schon. Äh, das war aber nicht der glückste Spot. Egal. Hat er funktioniert. Kam er eine 6 hinterher. Und damit ist das Spiel vorbei. Selbst wenn er sich jetzt bei der Zusatzbewegung hinlegt, kann ihm eigentlich nichts mehr passieren. GG. So, damit sind Milanias Beschützer aus dem Contest ausgeschieden. Denn mit einem verlorenen Spiel und einem unentschieden direkt zu Beginn lohnt es sich nicht, die weiterzuspielen. Ich musste jetzt 18 Spiele in Folge gewinnen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Zumindest nicht mit dem Glück. Und mit einem toten Spieler und keinen Starspieler punkten, weil nichts funktioniert. Das kann man genauso gut neu machen. Also wandern die Hoffnungen jetzt auf die Fleischfabrik. Und wir werden uns dann anschauen, ob die besser klarkommen. So, an unserer Aufstellung lag es nicht, sondern an unserem mangelnden Glück. Und an unserer absoluten Unfähigkeit, Cages zu bauen. Also egal ob Orks oder Zwerge, ich krieg einfach keine Cages hin. Ich weiß nicht, wie man das macht, ohne dass man auf dem Feld so in Rückstand gerät, dass nichts mehr geht. So, wir schieben uns wieder einen Ast. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch eine Verletzung rauskriegen hier. K.O. Immerhin. Er hat beide zurückgekriegt. Das heißt, es ist nur legitim, dass wir ihm da wieder einen rein spielen. Lona. Jetzt ist die kann man noch töten. Das schadet doch niemandem. Jetzt kommt das Glück so langsam. Betonung allerdings auf langsam. Ja, dann hätte ich jetzt noch die Gase machen, einer wohl. Jetzt hab ich so der Pandora reingeblitzt. So. Die Dwarfs haben den Ball. Wenn sie sich die Gase machen können, werden sie fast nicht verletzten. Das ist ein Schuss. Das heißt, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Der Körner ist pleit, dass sie ein Schuss aus dem Spiel zu verletzten. Und sie hat seine Schuss vor dem Spiel. Das war's für heute. We're losing the title. Let's see some blood in Blood Bowl. Ja, wir stehen jetzt natürlich ein bisschen doof da, aber wie gesagt, dass es in nichts mehr geht, wollte ich einfach den SPP für den Pass und das war ein weiter Pass. Zwei, vier, sechs, sieben Felder, damit dürfte Snare Flinkfoos hier richtig weit oben sein in der Passing-Score. Ja, das war's. Oho, das sind jetzt, naja, immer noch ein Zweierblock. Aber den Ball kriegt er nicht. Ja. 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 Unsere erste Verletzung! Hey, that looks painful. So, now it's time for us. So, now it's time for us. Let's see some blood in Blood Bowl. Let's see some blood. The other team steal it away. Let's see some blood. Unity is strength. Gesundheit. Gesundheit. Das Niesen aus dem Off. So, Spiel nähert sich zum Ende. Wir haben eine Anstandsverletzung von Nuffl als Beschwichtigung. Ich denke, ich werde trotzdem das dritte Spiel mit den Zwergen noch machen. Weil auch wenn die Chance nicht mehr da ist, habe ich das bei allen Teams so gemacht. Und, ähm, ich würde die Zwerge ja ihrer Chance berauben, sich zumindest noch eventuell irgendwo anders zu platzieren als auf dem letzten Platz. So, jetzt kann er noch machen. Jetzt kann er noch machen. Dann ist das Spiel vorbei. Und wir verlieren 2 zu 0 wegen Dunkel 11. Auf der anderen Monikation. Ich bin mal gespannt, ob wir ein paar Einnahmen haben. Aber die können eigentlich nicht so sein, als dass wir uns irgendwas leisten könnten. Deswegen, ähm, ja, doch, eine 6. 60.000. Respekt. Also, Fans fanden es nicht so doll. Und wir könnten den Langbart da kaufen für Subzug, die wir nicht haben. Einen Pass haben wir gemacht. Ne, zwei Pässe haben wir gemacht. Hoho. Ballbesitz hatten wir wesentlich weniger als die Gegner. Ähm. Snare Flinkfuß hat den MVP bekommen. Das heißt, wir haben sogar einen Aufstieg in den Reihen unserer Läufer. Damit könnte er sich jetzt einen Block holen. Was wir jetzt auch machen. Damit er als Ballträger nicht bei jedem Ergebnis umgeboxt wird. Und wir gehen zurück. Und nochmal zurück. Und sehen uns dann beim nächsten. Und, ja, wer weiß, ob letztes Spiel oder nicht. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Uwuz. Ich hab schon auf dem längst, einen Korps beretz, Untertitelung des ZDF, 2020